Der Kia Sportage Gold 1.6 CRDI Hybrid ist ein kompaktes SUV-Modell, das sich durch eine Kombination aus sparsamen Dieselmotor und fortschrittlicher Hybrid-Technologie auszeichnet. Dank des leistungsstarken 1.6 Liter Dieselmotors und des leistungsstarken 48-Volt-Mild-Hybrid-Systems kann der Sportage eine kraftvolle Leistung und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch bieten. Mit dem neuen intelligenten Schaltgetriebe IMT kombiniert Kia als erster Hersteller weltweit die 48-Volt-Technologie mit einem Getriebe mit elektronisch gesteuerter Kupplung, um den Kraftstoffverbrauch zu senken. Dieses neuartige System gewährleistet ein sanftes Schalten, eine höhere Kraftstoffeffizienz und ein vertrautes Fahrerlebnis. Der Sportage verfügt über ein modernes Design und einen luxuriösen Innenraum, der mit hochwertigen Materialien ausgestattet ist. Damit bietet er ein Oberklassenfeeling. Zusammengefasst ist der Kia Sportage ein hochmodernes SUV-Modell, das dank seiner modernen Technologie ein sehr angenehmes und sicheres Fahrerlebnis bietet. Den Kia Sportage Gold 1.6 CR-DI Hybrid gibt es ab 42.590 Euro.